Wir machen bewusst. Wir bekennen uns. Wir bewegen. Wir sind eine weltweite Stimme für Frauen und Mädchen. Die Verbesserung ihrer Lebensbedingungen ist unser Ziel. Wir agieren lokal, regional, national und global. In der weltweit größten Organisation berufstätiger Frauen finden wir uns zusammen und setzen uns ein für ungehinderten Zugang zu Bildung, für die wirtschaftliche Unabhängigkeit, für die Verhinderung jeglicher Gewalt, für den sicheren Zugang zu ausreichender Ernährung und Trinkwasser, für bestmögliche medizinische Versorgung, für die Förderung von Nachhaltigkeit und Umweltschutz, für die Wahrung der Menschenrechte. Wir in Mossbach sind ein Teil davon. Monat für Monat engagieren wir uns, stellen Projekte auf die Beine, nicht für uns, sondern für andere. Wir finden uns zusammen, wir diskutieren, wir hören zu, Wir handeln. Alle Erlöse fließen in unsere Projekte. Soroptimist International Club Mossbach. Für eine gute Sache. Für die Frauen und Mädchen dieser Welt.